Weil wir in einer Welt im Übergang leben, weil wir neue Utopien errichten, mit neuen Werten, weil wir uns nach Sinn und Transzendenz sehnen, weil wir die Erde und unsere Mitmenschen nicht mehr ausbeuten wollen. Wir werden zur sensorischen Revolution, indem wir uns wieder mit unserem fühlenden Wesen verbinden, mit der ursprünglichen Freude zu sein. Wutau wurde im Jahr 2000 aus einer Sehnsucht geboren, gleich einem Ruf folgend. Es ist eine zeitgenössische, evolutionäre Bewegungskunst, die von einem französischen Paar erschaffen wurde. Wutau bedeutet, die Seele des Körpers zu erwecken, anders zu empfinden, die Perspektive zu ändern. Es ist der Wunsch zu sein, der Wunsch zu lieben. Es bedeutet, sich zu verkörpern, sich zu verankern, zu strahlen, sich zu regenerieren, zu erforschen, sich selbst zu entdecken und neu zu erfinden. Die Schönheit wagen, Intimität, das Gefühl einer Geste spüren, gestützt durch den singenden Atem und die sensorische Intelligenz. Wutau ist eine Gemeinschaft von Lehrerinnen und Lehrern, praktizierenden in ganz Frankreich und über dessen Grenzen hinaus. Es bietet eine lebendige und innovative Pädagogik, die auf Weitergabe und Integration beruht. Immer mehr Workshops entstehen im deutschsprachigen Raum. Es gibt Online-Kurse und 2024 startet die erste Wutau-Ausbildung in deutscher Sprache. Findet uns auf wutau.fr oder beginn 2024 auch auf wutau-official.com und lasst uns gemeinsam unsere Flügel entfalten.